Aber, aber das ist unmöglich. Unglaublich! Orion hat die Formation geändert zu, ähm, äh, ich weiß nicht, was das ist. Haltet sie auf! Und Orion ändert wieder die Formation. Wo um alles in der Welt kommen diese Formationen her? Ich habe keine Ahnung. Und so wie es aussieht, haben die Superstrikers auch keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Diese Formationen sind so beliebig. Wie ist die Formel? Ich habe keine Hypothese! Tiger, schnapp dir den in der Mitte! Welchen denn? Den da! Wenn ich die Formationen mit dieser Maschine analysiere, sollte ich... Wie wäre es mit... Oder vielleicht... Oh, das bringt nichts! Orion hat den Ball in einer gefährlichen Position. Die Strikers haben Probleme, dran zu bleiben. Tor! Tor! Orion steht einfach außerirdisch gut. Wie meinen Sie das? Gefeuert! Das Experiment ist vorzeitig beendet. Ich kann die Berechnung nicht vervollständigen. Alles muss neu berechnet werden. Aber warum? Wenn ich Orions Geheiminformationen nicht knacken kann, bringe ich dem Club nichts. Die Welt ist sowas von ihr meilen. Schon okay. Ich hatte eine Glücksträhne. Schaut! Mein schmerzlinderndes Muskelgel. Damit habe ich meinen ersten Super League Innovationspreis bekommen. Der selbst schnürende Fußballschuh. Ich bin nächtelang aufgeblieben, um daran zu arbeiten. Und was ist das? Ein kleiner Computer? GPS-Schweißband? Das ist mein Tacker. Weißt du? Tacker. Für Papier. Klick, klick. Wow. Was kommt als nächstes? Das ist verrückt. Sie sind ein taktischer Genie und die wollen Sie nach nur einem schlechten Spiel feuern? Wie sollen wir ohne Sie den Orion-Code knacken? Danke, Schericks. Aber du hast hier nicht das Sagen. Ja, ich darf nur einstecken. Ich lasse das nicht auf sich beruhen. Ich schon. Was? Coach, wie konnten Sie den Prof einfach so feuern lassen? Tut mir leid. Ich habe alles getan, was ich konnte. Aber wir brauchen ihn. Da sagst du mir, ich könnte seine Hilfe bei der Analyse von Orions Formation echt gebrauchen. Ich habe keine von denen jemals gesehen. Ich auch nicht. Es muss ein Muster geben. Irgendwas, das alle miteinander verbindet. Und wir müssen es herausfinden, bevor wir gegen Orion spielen. Und was, wenn nicht? Dann haben wir keine Chance. Ein neues Phänomen treibt in der Super League sein Unwesen. Und es heißt Orion-Code. Von Iron Tanks Admiral, von Push-Up bis hin zu Invincible Uniteds Big Vince. Die schlauesten Köpfe der Liga sind besessen davon, das Geheimnis hinter diesen mysteriösen Formationen zu knacken. Wir trainieren den ganzen Tag! Haha! Dieser Orion-Code ist nichts weiter als ein schmutziger Trick unterhalb der Gürtellinie. Warum ist mir das nicht eingefallen? Wir trainieren die ganze Nacht! Eine Million Dollar können euch gehören, wenn ihr den Orion-Code knacken könnt. Wenn ihr das Köpfchen habt, habe ich die Moneten. Wir trainieren die ganze Woche! Ich glaube, dass der Orion-Code in diesem alten Mannschaftsfoto versteckt ist. Zuerst zählt man die Anzahl der Streifen auf ihren Socken. Dann multipliziert man sie mit der Anzahl der Spieler, die ein Stirnband tragen. Dann zieht man die Spieler ab, die einen Schnurrband tragen und setzt das Ganze hoch. Pi! Hm, Pi! Wir trainieren das ganze Jahr! Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Ich habe schon Kopfschmerzen wegen dem Orion-Code. Immerhin haben diese Teams alle in Plan, oder?